Hi Leute und willkommen zurück zum Medrack Dread. Wir sind dabei, ein bisschen weiter Backtracking zu veranstalten hier, um uns ein bisschen besser zu wappnen gegen die Feinde. Kann ja nur gut sein. So, und hier runter. So, hier ist eine Schleuse hier auf ist. Aha, darauf habe ich gehofft. So, ich will einmal kurz scannen. Ist ok, da kommen wir jetzt dran. So, den Messerkantin haben wir. Sehr schön. Moment, nicht hier runter. Da ist das eingestürzt, ne? Ja. Ah, schade. So, ich will mal nach ganz oben. Da fanden wir damals auch nicht hin, weil hier Feuer ist. Achso, ne. Das bleibt dazu. Na gut. So. Wir haben ein paar Misser jetzt. Was sagt die Karte? Da unten. Ach genau, wir wollten hier nochmal kurz gucken, ob ich irgendwie hier rankomme. wenn ich hier irgendwo hinkomme. Ne, das ist ja wieder so ein riesen Umweg, ne? Oh, da komme ich ja gar nicht hoch. Genau. Äh, da ist die Abkürzung. So. So. So, da komme ich leider nicht dran. So. Den Dicken da oben, ich glaube den haben wir auch schonmal wie sie. Kann das sein. Zumindest einmal. Aber wir können da oben nochmal hüpfen. Hm. Ich weiß, es leuchtet nicht und so. Aber Können wir jetzt schon mal aufklären Die große Gruppe Wow Schlimmer gestorben als ich gedacht Ja, schön So Ganz zwar aufgeklärt, aber Ist leider gar nichts Darf ich mir schon Schade eigentlich So Ich wollte jetzt Dahin zurück Noch mal in den Raum Nicht runter Weil wir hier wieder Ausgesperrt sind Schon ein bisschen nervig Ja, komm Äh, nee So, von mir aus kommen wir dann da rein Ja Oh, von mir Oh, bei uns ist in slow Gott Aha, haben wir echt was aufgespringen gekriegt. Nice. Wieso hüpft sie immer manchmal so komisch und manchmal richtig? Okay. Aha, komm schon. Aha. Samos. Okay, wir müssen uns zickhalten. Ha, komm schon. Ah, das gibt's jetzt nicht. Ist das nervig. Bist du nur da oben hin? Komm schon. Ah. Waren den Stick irgendwie so halten, dass er... Ne. Das ist jetzt wieder doof. Irgendwie ist nur jeder zweite Sprung so richtig hilfreich. Ach, komm. Ach, komm. Ach, Samos. Ja, wir haben's. Ja, wir haben's. Oh mein Gott. Wow. Töne Ernst? Ah. Wow. Einfach nur... Wow. Bin hart enttäuscht, dass wir da nicht einfach hinkommen können. Okay. Aber wir zumindest haben jetzt den Bereich gefunden, wo wir hinkommen sollen. Ist leider ein bisschen traurig, dass hier natürlich nichts ist, wenn wir es irgendwie geschafft haben. Läuchte das? Ja. Dann gehen wir hier nochmal hin. Hier oben wird was fallen. Wenn wir nur runterfallen. Äh, wo bin ich denn jetzt? Da. Das heißt, wir können oben lang... Nein. Wir gehen hier lang. Gleich runter. Ja. Ah, das ist doof. Bin ich auch froh, dass wir das hier hingekriegt haben. Von sowas. So. Runter war das, ne? Ja. Aber ganz runter. So. Jetzt hier rüber, glaube ich was. So. Jetzt können wir hier durch. Ops. Oh, die sind neu. Das ist noch ein bisschen mehr so. 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 Hier wollte ich jetzt nicht hin. Was ist das hier für ein kleines Dreieck? Ich auch. Hä? Hm. Da liegt aber was kauf aus. Ja. Hm. Keine Ahnung, wofür diese kleinen Dreieckchen sind. So. Wir gehen jetzt hier runter. Ist da eigentlich schon noch da. So. Einmal speichern. Dann. Ich will das jetzt sehen quasi, dass wir da und dann kommen. Und. Ops. Da oben dann. Ah. Gut. Den haben wir damit auch. Irgendwie fehlt mir Musik dabei. So. Erleuchtet noch irgendwas, was wir schnappen können. Das sind die beiden Räume, wo nichts ging. Da oben haben wir noch einen, wo nicht ran können. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir nach Daigeron, oder? So. Ne. Ich würde sagen schon. So. Hopp. Ich möchte trotzdem nochmal speichern. Damit wir zurück müssen. Geht ja zum Glück ganz schnell. Ich weiß nicht wie sinnvoll das ist, schon mal vorher Backtracking immer zu machen. Wenn man, äh, noch nicht alle Upgrades hat. Quasi. So. Ich wollte nach Daigeron. Hier kann ich hoch. Hier schräg. Und dann komme ich da hin. Ja. So. Das heißt, hier hoch und dann rechts halten. down. Ja. Das haben wir uns. Danke. Ja. Einmal hier dann. Und jetzt schräg nach oben. Na, komm schon Danke So Das muss natürlich wieder ein Viecher sein Danke So Ab ins nächste Gebiet Ja Jetzt haben wir die beiden alten Gebiete So weit durch, dass wir alles eigentlich haben Also Backtracking machen wir dann wirklich nur Wenn wir fast alles an Upgrades haben Also das mit dem Morph-Wald Das wäre wahrscheinlich noch schneller rollen oder sowas Gehe ich von aus So einen Boost kriegen Ich glaube, man hatte einen Boost noch Dann Ja Das mit dem Elektro brauchen wir noch Dafür müssen wir einen Amy töten Uns fehlt bestimmt Ja genau, noch die beiden Suits quasi Die uns noch fehlen Na, ist noch einiges was zu brauchen So Gut Hier haben wir noch was Sonst haben wir nichts Okay dann Einmal lang laufen Ach, das ist das Ding hier, oder? Nee Das ist das Ding hier Da unten lang Ah, warte Ach Nee Was ist das? Ah Wow Ich kann das Zeit nicht so passen müssen So Toll Das reicht nicht Wieso komme ich da nicht ran? Samus Hüpf doch mal vernünftig Wieso kann ich da keinen vernünftigen Sprung hinsetzen Meine Güte Manchmal ist das echt Fummelkram Nee Die will einfach nicht Meine Güte Halt dich doch einfach fest Oder so Ja Jetzt kannst du es Klar Jetzt wo es offen ist Stürb Meine Güte Will ich haschen? Samus Sie macht auch keinen Doppelsprung Muss ich mich da dann hochsprengen Oder was? Wow Den Bäumensprung kann doch keiner Ja Super Oh endlich Wow Endlich Ich hasse sowas Danke So Haben wir das auch fertig So Ein Fummelkram jedes Mal Solche Eisgebiet Ja Da werden wir nicht hingehen Hier leuchtet noch was Okay Da können wir definitiv nochmal gucken Und hier Kommen wir jetzt eigentlich auch An Bombenblöcke Ne Sind wir runtergefallen immer Ne Ja Fallenblock Das glaube ich bringt uns gar nichts Ne Der muss nicht schnell Sein Aber hier können wir nochmal gucken Hier ist definitiv noch eine Option Ähm Wir sind da oben Können hier rein Dann runter Ein Paket mitnehmen Ähm Ich will da hin Können Auf bei wer fangen wir mit da Ja Ja Wir gehen einfach Hier oben lang Gut Äh Warum ist das Viech weg Oh nein Ich will wirklich das schlimm ist So So Dann können wir rein Gut Zwei Raketen mehr Wir nehmen das Gebiet So weit eigentlich auch durch Außer am Eis Und hier halt Da wo wir Speedball brauchen So Gavorian Möchte ich da hin Mit eigener Porenia Ja Gehen wir erstmal Porenia Ah Speichern Speichern ist gut So Dann gucken wir nochmal Ähm Porenia ist hier Das heißt wir können jetzt hier Speedball Darunter Oh Abkürzung schaffen Können Dann machen wir das nochmal So Gut Abkürzung auch geschaffen Ähm Jetzt wollte ich Und nach oben So, ich glaube es gab noch einen Wave Beam oder sowas, der dann auch durch Wände geht. Ich bin gerade nicht so sicher. Ich glaube das war es auch. So, Bremia. Ja, ihr seid die nächste auf unserer Liste. Bremia. Jo, wunderbar. Sehr schön, gut. Dann haben wir schon mal einiges an, ja, Upgrades abgeklappert, was wir uns sammeln könnten. Wir werden jetzt noch das, das da drüber und... Ja, gut, der kleine Raum da wird nicht sein, glaube ich, aber wir können mal nachgucken noch. Eigentlich war der ja nur das X-Parasitengefängnis gefühlt. Ich glaube, da hatten wir auch nichts, aber... Wie dachte, wir können mal vorbeigucken und sich klar, dann kommen wir zur Not zurück. Wir machen jedenfalls ja erstmal jetzt hier Schluss und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.